Und hier haben wir zehn Vollspieler. Zwei Euro Einsatz. Aber mehr wären nicht. Oh, ich bin so nicht. Blatt bei 66. Kannst du das machen. Und hier zehn Vollspiele. Nights Live. Zehner. Eins dazu. Schade macht er nicht. So, dann schauen wir doch mal hier rein. Ja. Da können wir da. Schön. Das sind 2.000 Euro Hohoho, das ist alles wichtig, das ist der Ola Auf der Hauptsache sind Der Mann im Mika Das war's für heute. 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 Das ist eine richtig schicke 2-Euro-Carriere. Das war's für heute. 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 Ihhh. Und Fallspiel Nummer 10! Kein Vorsitz mit bei 71 Euro! Und ein Ründchen Honey Bee! Oh, mal 4! 15, sehr schön! Da muss nur noch was bei rumkommen! Jawohl! Sehr schön! Okay, los, komm! Jawohl! Oh, 2.30, sehr schön! Und hier mal 10, Kreuzspiele, Centaur Wars! Oh, das ist weiter! Die paar Schauts dorthin! Ah, schade! Schön, der Tirolsch! Das könnte er ja auch machen! Und nach vier! Zweiten Fallspiel! Oh, das macht ihn voll aus! 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 So, das macht ihn voll aus! So, das macht ihn voll aus! Oh, das macht ihn voll aus! Und jetzt mal 10! Bleibt dabei! Und einmal Klon-Bonus! Glocke werden natürlich besser gekommen! Oh, das macht ihn voll aus! Oh, das macht ihn voll aus! Oh, das macht ihn voll aus! Oh! 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 Oh, das macht ihn voll aus! Oh, das macht ihn voll aus! Und einmal Hidden Lands, 2 Uhr einsatz und nehmen wir den mal den hier, 10 Stück. Oh, ist gleich noch einer. Jetzt aber los, komm. Mach schon. Hm, der große Wurf sieht anders aus. Und hier mal 10 Fallspiele, 2 Uhr einsatz. Das sind mal die Lumpen hier. Der Sonnenspieler wünscht man sich doch. Jeder zählt wieder gern.